Leuk Burkhalter hat in dieser Saison schon 33 Punkte geholt und per Ende Saison treten sie trotzdem zurück. Ist diese Entscheidung greift oder könnte man eigentlich noch länger lassen, als sie nach der Saison spielen können? Nein, ich glaube, die Entscheidung ist gefallen, ist schön gelacht für mich im Kopf. Jetzt freue ich mich auf meinen letzten Match. Wenn man weiss, man ist Sportchef ab dem 1. Mai, ist man da schon drin? Du möchtest schon an Transfers denken oder ist man da noch 100% Spieler unterwegs bis zum 1. Mai? Nein, also wenn ich da jetzt im Bus oder als Eishockey-Spieler bin, ist schön klar. Aber am Nachmittag, wenn ich manchmal im Büro bin, beschäftige ich mit den Sachen für nächstes Jahr. Aber wenn ich im Garderobe bin oder im Bus oder egal wo, aber das meiste ist, ich bin Klarspieler wie von Anfang der Saison. Aber gibt es schon etwas, woran ihr denkt oder auf die nächste Saison wollt machen mit Lachatof oder ändern? Ja, das schauen wir ab dem 1. Mai. Vielen Dank für einen guten Spiel. Danke.